Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. SPD-Chefin Nahles hält an Parteitagstermin Ende 2019 fest. Der Süddeutschen Zeitung sagte sie, die Erneuerung der SPD benötige Zeit. Juso-Chef Kühnert fordert, den SPD-Parteitag und damit auch die Vorstandswahlen vorzuverlegen in die erste Jahreshälfte 2019. Söder will offenbar noch in diesem Jahr CSU-Vorsitzender werden. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ist dafür ein Sonderparteitag der CSU am 8. Dezember im Gespräch. Dann könnte der bayerische Ministerpräsident den Vorsitz von Bundesinnenminister Seehofer übernehmen. Ex-US-Präsident Obama kritisiert Einwanderungspolitik seines Amtsnachfolgers. Der von Trump angeordnete Militäreinsatz an der Grenze zu Mexiko sei ein Manöver, um von der schlechten Regierungsbilanz der Republikaner abzulenken. Zudem spaltet Trump mit seiner Rhetorik das Land, sagte Obama auf einer Wahlkampfveranstaltung in Florida. Erdogan macht saudische Regierung für Tod Khashoggi's verantwortlich. In der Washington Post schreibt der türkische Präsident, der Befehl zur Tötung des regimekritischen Journalisten sei von höchster Stelle gekommen. Er beschuldigte Kronprinz bin Salman jedoch nicht direkt. Islamisten beenden Proteste in Pakistan. Zuvor hatte die Regierung zugesichert, dass die Christin Asia Bibi das Land nicht verlassen dürfe und ihr Freispruch überprüft werde. Bibi war 2010 wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt worden. Das oberste Gericht hob das Urteil vor wenigen Tagen jedoch auf. Das Wetter heute im Norden und Westen nach Auflösung örtlicher Nebelfelder freundlich und trocken. Im Osten und Süden erst Wolken verhangen, später etwas freundlicher, trocken 7 bis 14 Grad. Im Osten und Süden